Du hast geschlafen, nicht wahr? Man sieht's in deinem Gesicht. Weißt du, die Aufführung von Loveless geht bald los. Und ich konnte Karten ergattern. Wollen wir hingehen? Wir brauchen immerhin noch einen Ausgleich fürs letzte Mal. Ausgleich? Weil wir bei dem Pärchen-Event nicht zusammen Riesenrad fahren konnten. Was ist mit den anderen? Warum? Vergessen wir die nicht mal kurz? Los! Es geht in die Tiefe. Beehren Sie uns wieder! Währen Sie einfach ein Ziel, Kupo! Es war mir ein Vergewinnung, Kupo! Bei dem heutigen Besuch von Loveless...